Hat etwas passiert? Ja. Wir sind ehrlich. Wir haben keine Wahl gegeben. Die Soldaten sind hier bei den Ordern der Bolton. Das ist schrecklich. Bruce Bolton muss sagen, dass wir Ironrath aufzuhalten. Nein. Er möchte nur unsere Loyalität zeigen. Ich werde dich ehrlich sein, Roderick. Ich habe immer noch an unsere Verkauf. Aber in der Lage, was für deine Familie passiert... Mein Vater fragt die Wissen unserer Betrachtung. Er will mich, dass ich es ausrufen will. Ja, und was möchtest du? Und was willst du? Ich habe mich die gleiche Frage gefragt. Und ehrlich gesagt... Ich bin tot. Ich lebe nicht über deine Schmerzen, Roderick. Ich liebe den Mann, den du warst. Und ich liebe den Mann, den du bist. Das wird kein Krieg sein. Aber meine Familie kann nicht in eine Krieg mit den Boltonen. Sie sind die Schmerzen des Norden. Und sie flagen ihre Ennemis. Ich weiß, dass die Dinge schlecht aussehen. Aber ich werde nicht lassen, unsere Hausse zu fallen. Ich wünsche, dass ich bei dir standen, Roderick. Aber ich muss praktisch sein. Lena. Es geht nicht darum, wie wir fühlen. Wie kann ich auf meinen Vater riskieren? Alles. Auch für dich. Aber meine Familie wird dann sterben. Elena. Wir brauchen deine Armee. Ohne dich. Eine Familie kann nicht überleben. Entschuldigung. Aber ich muss auch über meine Familie denken, Roderick. Ich werde dem Vater erzählen, dass die Betrachtung auskommt. Wenn es hilft, können wir die Anrufe verlassen. Und es wird dir Zeit geben, um deine Anrufe in Ordnung zu bekommen. Die größte Entschuldigung, mein Herr. Ich versuchte, ihn zu stoppen, aber... Ach Gott. Nicht er schon wieder. Und wenn es nicht Elena Glenmore ist... Sie sind nicht immer in dieser wütenden Familie? Mein Vater hat noch keine Entscheidung gemacht. Was möchte er denn überhaupt? Was möchte er denn überhaupt? Was möchte er denn überhaupt? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Sie wollten doch den Wein. Lasst uns das doch durchreden. Ich spreche. Ich spreche. Ich spreche. Ich spreche und du hörst. Ich spreche. Ich spreche. Hier ist die Idee. Wir werden einen neuen Starten machen, Sie und ich. Ihr Bruder Ethan hat mich Graven. Aber du bist ein ganzer Mann, nicht? Du bist so schwer, nicht? Also, wenn du Ryan in diesem Geburt willst, dann schau dir, Frau Elaina, du wirst deine besten. Nele. Dann besche ich meinen Schall. Mach es, Roderick. Du willst nicht wie dein Bruder, wie du? Bitte. Das bedeutet nichts. Und wir werden sehen, Ryan wieder. Huh? Du bist auf deine Beine. Bitte? Für Ryan. Küsse ihn. Für Ryan. Sehr gut. Nun, dann. Als du ein Beinwerbler bist, ich brauche dir, um mich zu bezahlen. Ich nehme was, sollte mir sein, in der ersten Zeit. Die andere halbe von der Ereignisse. Du kannst das nicht tun. Ich weiß, was Ramsey sagte. Ich sage etwas anderes. Als heute, ich verbreite Ereignisse von woher ich bin. Na, großartig. Und du kannst nicht eine blöde Sache machen, um mich zu stoppen. Würde du definieren den Express-Order von Haus Bolton? Ich habe mich von Haus Bolton mein ganzes Leben kennengelernt. So lange, er bekommt sein Iron-Wut, er will nicht interessieren. Besonders, wenn ich ihm sage, dass du mich verbreitet hast. Das war ein Signum von Respekt, nicht ein Oath. Gut. Ich habe, was es kam für. Ich werde dich zu deinem Geschäft. Super. Kann auch einmal irgendwas funktionieren. Oh, by the way, my men have a name for you. Roderick the Ruined. Isn't that clever? Na, großartig. Ich kann nicht glauben, dass du ihm so zugeben würdest. Ich weiß, dass du deine Gründe hatten, aber... Er hat keine Wahl gelassen. Ja, für Ryan. Ich habe es für Ryan getan. Tja. Sieht echt schlecht aus. Mein Herr, bist du gut? Genau. Das ist noch nicht vorbei. Dieser Kampf ist nicht vorbei. Nicht sogar nah. Oh, oh. Ja. Und wieder an der Mauer. Hui. Schön hoch. Großartig. Sehr ungewohnt. Okay. Er hat recht. Er hat absolut recht. Es ist aber schwierig am Anfang. Ich bin Garret. Frostfinger hat mich über dich erzählt. Er scheint zu denken, dass du in der Fall bist. Er kennt mich noch nicht mal. Er kennt mich doch noch nicht mal. Er kennt mich doch noch nicht mal. Er kennt mich doch noch nicht mal. Er hat 1,000 Rekruten über die Garten gesehen. Er kennt dich besser als du denkst. Ja. Absolut. Wir haben es wirklich versucht. Wir kämpfen so gut wie wir konnten. Aber es war nicht genug. Der Frey hat uns öffnet. Das ist ja das Schlimme gewesen. Es ist ja das Schlimme gewesen. Ja. Sie werden dafür bezahlen. Sie werden dafür bezahlen. Sie können sogar sogar eine honorierende Todeskarte geben. Lass ihn sterben, im Kampf. Ja. Sie werden dafür bezahlen. Walter Frey und Ruth Bolton werden für ihre Schulden bezahlen. Ich würde dir glauben, dass sie dir glauben. Aber Männer wie das nicht bekommen, was sie verdienen. Jetzt die Frey ist, das Riefer zu schlagen. Und die Boltonen sind Wardens des Norden. Nachdem, was sie getan haben. Es ist nicht richtig. Sie haben auch meine Familie umgebracht. Sie haben meine Familie umgebracht. Ich sollte da gewesen sein. Dann wäre er aber auch damit gestorben wahrscheinlich. Ich denke, wenn ich da gewesen wäre, hätte ich etwas gemacht. Aber die Chance sind, dass ich auch tot. Genau. Und da sind wir oben angekommen. Wow. Schön, dass es hier oben ist. Kalt. Es gibt Leute hier, die dich weinen, für wer du bist. Southernern, die dich traieren. Southernern, die dich traieren. Southernern, die dich traieren. Southernern, die dich traieren. Einige haben keinen Grund dafür. Sie werden dich weinen. Wir können nichts über das tun. Wir können nichts über das tun. Vertraue mir. Ich weiß es. Warum? Oder was solls? Ja. Das haben wir heute schon mitbekommen. Du bist ein Schuier für ein nobeles Haus. Was mit dir heute passiert, hat mir mehrmals passiert, als ich kümmern kann. Ich habe gelernt, dass es nichts mehr wichtig ist, als Brüder zu haben. Ja, jetzt kommt die unglaublich schöne Ansicht. Von der Wall aus. Oh, wow. So schön. Ich fühlte das gleiche, das erste Mal, als ich es gesehen habe. Unglaublich aussichtbar. Ich hörte, du willst ein Ranger sein. Warum? Warum rischst du dein Leben da draußen? Ja. Winter kommt. Ich will kämpfen. Du hast deine Chance. Don't worry. Not many recruits want to be Rangers. They'd rather stay here, where they think they'll be warm and safe. But Mance Raider marches on the Wall with a hundred thousand wildlings. I've seen them for myself. The men here are murderers. Thieves, rapers. You won't like most of them, and they won't like you. But they're your brothers now. Can you stand with them? Can you see past your differences? Natürlich. So muss es sein. Wir haben einen gemeinsamen Feind. Glad to hear it. Ich würde sagen, du wirst dich an die Kälte kommen. Aber du wirst nicht. Komm schon. Du wirst mit einem Feuer gehen. Oder du wirst wie Frostfinger kommen. Daher hat er also seinen Namen. Der Finger ist eingefroren. Mal sehen, ob wir nochmal zu Mira kommen. Das wäre jetzt... Und das ist er, oder? Der Typ, der da stand in der Halle. Das würde es zumindest erklären. Oder wie gesagt, der Typ, der Kohlenjunge, den wir in letzter Episode kennengelernt haben. Hm. Ich bin hier, aber wo bist du? Gute Frage. Hoffentlich sterben wir nicht. Das wäre sehr schlecht. Das könnte aber auch sein, ne? Oh Mann. Nicht so nah an den Ecken lang gehen. Das ist gefährlich. Oh, okay. Yep. Das ist er. Was... Wer ist er? Sollten noch nicht. Oh. Ja, nach Hause. Klar. Es ist so schön nachts hier draußen. Natürlich. Gold und Rot. Gut. Ähm. Ja. Oh je. Wow, was ist denn mit dem falsch? Naja, gut. Ich bin Damien. Damien. Ja, danke. Danke, Damien. Es war mein Glück. Du hast meine Noten. Das war du. Hm. Ich bin sehr glücklich, dass du es geschafft hast. Ich wollte dich mit dir sprechen. Ja, sag mir, was ihr wisst. Was weiß du über Lord Tyrion? Oh, ich kann dir ein wenig über den Impen erzählen. Hm. Ich entschuldige mich über das, Meera. Aber du hast einen Feind der falsch gemacht. Eine Handmaidin sollte wissen, dass ihr Platz. Ich muss immer gehen. Ich werde das schnell machen, wenn das hilft. Ich liebe dich, dass du zufrieden. Oh, oh. Warum? Oh, das ist von der... Von der... Ah, das ist von... Cersei. So definitiv von Cersei. Ah, und wenn wir ihn töten, das wäre sehr schlecht. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Huh. Ja, er hilft uns. Oh nein. Schnell, 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 Meera. Keine... Ja. Oh, das ist so blöd. Das ist so blöd, aber... Es gibt keine andere Möglichkeit. Er hat uns angegriffen. Aber das wird uns, glaube ich, nicht helfen. Weg damit und flüchten. Los, 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 weg, 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 weg. Oh. Du? Was... Was ist passiert? Was... Was war das? Er hat versucht, mich zu töten. Was sah es so aus? Er hat versucht, mich zu töten. Warum würdest du das tun? Tja, das ist keine schlechte Frage. Ich höre sie zu töten. Tja, danke, dass du mein Leben gerettet hast, würde ich mal dazu sagen.